Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei der neuen Folge von RUGUHU. Ich bin Splendacid Lady und ich hab euch Valorax, äh, hab die Zahl vergessen, mitgebracht. 1-3-3-7. Äh, du Scheiß-Script-Kitty-Diggai! Ähm, wir machen weiter im Finale von RUGUHU und ich weiß nicht, hört man das irgendwie? Ich weiß nicht, also ich hoffe die Stimmqualität ist ein bisschen anders, ist ein bisschen besser vielleicht. Denn, ah, das wäre ganz toll, ich würde mich drüber freuen. Ich habe nämlich letztens ein neues Headset zugelegt. Und, ähm, ja, äh, ich bin ganz begeistert. Es ist zwar total schwer und groß und ich sehe da total groß mit aus. Ah, ah, ah. Ja, aber umso größer, umso besser. Ja. Ach, ja. Ach, ja. Mal so nebenbei gefragt, ja. Ja. Ja, kleine Menschen werden ja oft übersehen. Ich werde immer übersehen. Ah! Gott, Lynn! Ich bin! Gott, ach Gott! Also dieser Level, ich weiß nicht, ob ich den jemals hinkriege. Der treibt mich echt zur Verzweiflung. Ach, das wird schon werden, kann ja nicht so schwer sein. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Ja, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste. Ah! Ha! Ah! Ah, 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 ah. Ich war schon so glücklich, dass das... Ah! Was? Gott! Oh Matze, es ist so anstrengend, dieses Spiel. Ach, das ist schon, das ist doch schließlich Lin. Super letzte Lehrerin. Ahhhh, Lin! Was machst du? Lass mich schreien, sei ruhig! Aber schreist du denn hier so rum? Naja, also... Ja, einfach so. Weil ich es halt kann, ne? Wahrscheinlich. Ahhhh! Ahhhh! Bitte, das muss klappen. Ich will dieses scheiß Level nicht nochmal spielen. Sterne abgeschlossen, ja! Ahhhh! Yay! Alles, nur nicht das nochmal. Bitte! Bitte! Herzen abgeschlossen! Ich will siegen! Ich will der Allerbeste sein! Das wird schon. Wie keiner vor mir war. Ging mir das nicht so? Äh, irgendwie so. Aber ich hab die Melodie auch gar nicht mehr so ganz im Kopf. Wird schon irgendwie so sein. Wird schon. Ahhhh! Dreiecke abgeschlossen! Pfff! Jetzt fehlt nicht mehr viel. Pfff! 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 Okay, und los! Und! Und! Jaaaa! Du schaffst es! Die roten Kullern! Und haben wir die gelben Sternchen schon? Ich glaub die Sternchen haben wir auch noch nicht gehabt. Ach doch! Ahhhh! Halleluja! Leute, wisst ihr was das heißt? Wisst ihr was das heißt? Sieg! Du hast den Planeten Ruu gerettet und den Frieden wiederhergestellt! Die Meteorform haben das Erdinnere erreicht und den ursprünglichen Zustand des Planeten Ruu wiederhergestellt. Die Meteor... Die Me-Mo wurden zurück in Rugu verwandelt. König Mo ist wieder der glückliche Gu. Ich komme wieder! Nur Prinz Mo ist unverändert entkommen. Er hat so viele Formen verbraucht und kann nicht zurückkehren. Yay! Das war das Finale von Rugu! Und ähm... Jaaaa! Ich fand das Spiel toll! Es war wie Tetris! Und süß! Und die Musik war niedlich! Und... Die Rugu waren süß! Und ähm... Jaaaa! Ein weiteres abgeschlossenes Projekt würde ich sagen! Juhuu! 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 Dann würde ich sagen... War es das von mir? Und von? Von mir! Jeezy! Und wer bist du? Kann ich wohl sein! Der Valorock1337! Richtig! Mach ein kleiner Grady hier! Und... Tschüße! Tschüße! K increasing duESS! Aufmerksamkeit!